Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Vanessa ist bei GNTM raus, die Fans können es nicht fassen. Die Top Ten steht fest. In der vergangenen Folge von Germany's Next Top Model hatten die Kandidatinnen wieder die Chance, sich vor Heidi Klum zu beweisen. Dabei stand so einiges auf dem Programm, ein Trampolin-Shooting in luftigen Höhen sowie ein Catwalk der besonderen Art, die Anwärterinnen mussten durch ein Labyrinth schreiten. Doch für Vanessa ist der Traum vom Sieg geplatzt. Die Zuschauer sind davon alles andere als begeistert. In einer Umfrage von Promiflash konnten die Leser darüber abstimmen, ob sie Vanessas Rauswurf nachvollziehen können. Dabei sind sich die Fans offenbar ziemlich einig. 963 von 1158 Teilnehmern, 83,2 Prozent, Stand, 22. April, 6.40 Minuten, sind der Meinung, dass es durchaus schlechtere Kandidatinnen gab und finden die Entscheidung unfair. Lediglich 195 Voter, 16,8 Prozent, denken, dass Vanessa nicht abgeliefert hat. Auch im Netz machen die Fans ihrem Ärger über das Show aus der Schönheit mit den türkisfarbenen Haaren Luft. Auf Instagram finden sich User-Kommentare wie »Das kann man nicht verstehen«, schade, ich fand sie mega. Sie war meine Favoritin und ich war mir so sicher, dass sie ins Finale kommt. Hey guys, this is Gangsham, welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.